Jetzt wird es spannend, versprochen. Das hier ist der Retroid, ein kleiner schwarzer Plastikkasten, der zwei Controller-Anschlüsse für einen Super Nintendo Joystick und zwei Anschlüsse für einen Mega Drive Joystick beinhaltet. Und hinter dieser Klappe verbergen sich zwei Slots für die dazugehörigen Spiele. Egal ob PAL, Japanisch, US, da kommt alles rein. Die Controller lassen sich einfach einstöpseln und dann kann man mit den Originalkontrollern und dem Originalmodul an Emulatoren am Rechner, Windows, Mac, Linux, die Spiele spielen. Die Kiste braucht keinen Power, das ist nett und macht das Ganze so ein bisschen mobiler. Wer richtig Lust drauf hat, nochmal irgendwie unten in den Modulschacht zu pusten und dann die Dinger reinzuhauen, ohne irgendwie Wildkabellage vor dem neumodischen Fernseher und so zu haben, der kann hier seine Originalmodule nochmal rausholen und die am Rechner spielen. Das ist alles sehr, sehr cool. Wäre natürlich hier nicht interessant, wenn es nicht noch einen Kniff geben würde. Man kann nämlich irgendwie wild in den Konfigurationsdateien rumhacken, die Firma wird ständig weiterentwickelt und seit ein paar Wochen ist es jetzt auch möglich, dass es iCade-Support gibt. Über so ein Camera-Connection-Kit schließt ihr dann den Retroid an den iPad an und das iPad meckert nicht, weil der Stromverbrauch sehr gering ist und lässt euch mit diesen Original-Nintendo- und Sega-Controllern iCade-Spiele am Tablet spielen. Sehr, sehr cool. Also das erfordert so ein bisschen Konfiguration. Man kann da wild noch in den Dateien rumhacken und ist alles nicht so ganz einfach und ausgereift, aber es hat mich ein Wochenende gekostet, aber ich habe es immer hinbekommen und es macht extrem viel Laune. Was natürlich auch geht, kein Wunder wahrscheinlich, wenn man sein iPad mit einem Jailbreak versieht, kann man auf die gängigen Emulatoren zurückgreifen und dann spielen diese Emulatoren, wenn man sich richtig durch die Dateibäume wühlt, die Original-Spiele aus dem Retroid ab. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Die Kabel vom Controller sind dann wahrscheinlich das längste, was man dabei haben muss, wo man bedarf keiner externe Stromquelle, weil das Retroid nur über USB gespeist wird und ja, dann laufen diese alten Klassiker am neuen Bildschirm. Ich finde das ziemlich cool, auch wenn es nicht wirklich praxistauglich ist. Ich muss es einfach zeigen. Das Retroid kostet 65 Euro, wird aus Deutschland vertrieben und es ist eine wahnsinnig nette Spielerei.